KI, sagen jetzt alle mir schon ganz schwindlig. Bist du als Experte eigentlich sicher, dass das wirklich mehr ist als ein Modewort, diese künstliche Intelligenz? Ja, am Anfang habe ich auch gedacht, das ist eine Menge Hype, die jetzt da gerade auch gestartet wurde vor einigen Monaten, aber umso mehr ich mich täglich damit befasse, mit den aktuellen Entwicklungen, Libraries, also Software-Möglichkeiten, die da sind, das ist kein Modewort, sondern das wird wirklich auch genau jetzt sehr bald und sehr konkret unser Leben verändern, die Industrien verändern, also keine Modeerscheinungen, sondern ganz im Gegenteil, jeden Tag fühle ich, es wird wirklich ernst. Und das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema. Aber dann ordne das doch nochmal ein für mich in die großen anderen technologischen Durchbrüche meines Lebens. Für mich war es eine Revolution, als in der Schule der Taschenrechner von Texas Instruments damals verteilt wurde. Hessen auf Staatskosten wurden Taschenrechner verteilt, Kopfrechnen war in der Sekunde völlig überflüssig und ja, ich konnte das Ding ja auch was fragen.